Achso, das ist ja Subway Town. Ah, das ist direkt alles durcheinander. Ich war ja in der Kanalisation. Um Fahrzeugabgabe zu kaufen, brauchst du Rentscheine. Dann müsst ihr ja Rennen fahren. Das habe ich jetzt nicht so glücklich Lust drauf. So, 1% Schaden. Ne, reparieren wir mal Licht. Heute keine Lust. Subway Town. Kehre zu Vorarbeiter Jones in Subway Town zurück. Wo war denn Vorarbeiter Jones? Hat sich das jemand gemerkt? Ja, sieht so aus, ne? Der war doch irgendwo hier. Irgendwo hier war der doch. Stapft verlassend. Nein. Wenn du was verdienen willst, geh rauf zu Dietrich. Was verdienen? Ach, ich habe genug Kohle. Wer bist du? Aha. So, der Vorarbeiter hoch mal den nochmal. Wer bist du? Die Rennen sind für alle Fahrer zugänglich. Denk dran, Jungs. Die Damen haben ein Herz für Gewinner. Bei der Vorarbeiter hier drin. Du sollst ein guter Schuss. Ich habe gehört, dass du Jones Mutanten erledigt hast. Ja. Weißt du, wo Jones ist? Bestimmt, aber sagst du es mir nicht, ne? Du siehst aus, als hättest du Lust. Nein, ich habe keine Lust zum Spielen. So. Wo war der denn? Ist das Jones? Nein. Ja, wo war der denn nochmal? War der unten weiter? Hallo. Eventuell war der weiter unten. So, wer ist das hier? Ach nee, das ist hier rennenmäßig, ne? Aber hier geht es noch weiter runter. Cool. Die nimmt wahrscheinlich die Rennen an. Rennen wollen wir nicht fahren. Nee, nee, das wollen wir nicht. So, dann müssen wir wieder rauf. Aber der Jones muss doch irgendwo hier rumgeistern. Wahrscheinlich in irgendeinem Tunnel drin hier hinten, vielleicht? Ist das Jones? Nee, das ist Hudson. Aber ich glaube, hier war noch irgendwo einer, ne? Da, das müsste Jones sein. Jawohl. Die Höhe ist Mutantenfrei und du lebst noch. Ja. Redstone hat den richtigen für den Job ausgesucht. Ich sag ihm, was du gemacht hast. Das ist nett von dir. Und jetzt? Okay, jetzt zu Redstone zurück. Okay, der ist ja irgendwo oben. Gewinner an Einfluss. Ja, ich gewinne an Einfluss. Wer bist du denn? Ich würde hier umboxen, wenn ich könnte. Meister. Der da. Du schuldest Redstone immer noch was. Beweg deine Asche nach oben. Ich bin dabei, du. Was ist da? Hab ich mich letztes Mal schon hier angeschaut? Du kannst sehr gut Mutanten vermöbeln. Aber Mutanten sind keine Gearhards. Wenn du ihren Weg kreuzt, wird es dir leid tun. Okay. Hey du, suchst du Arbeit? Hör zu. Mein Geschäftspartner, ein Typ namens Dietrich, braucht Hilfe. Er sucht jemanden, der gut schießen kann. Wenn du interessiert bist, melde dich bei ihm. Er wohnt hinter Janies Laden. Hm, ich überleg's mal. Na? Hm. Hm, das war okay. Okay. Aber Mutanten zu verkloppen ist nicht schwer. Nein, das war auch nicht viel. Aber ich weiß was, was dir deinen Platz hier sichern würde. Na, dann erzähl mal. Okay. Das ist meine Stadt. Ach nee. Aber ich muss mich um die Gearhards kümmern. Sie sind nichts weiter als Ödland-Banditen. Aber sie kontrollieren die Stromversorgung der ganzen Region. Okay. Und die Preise steigen. Das ist schlecht. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ich möchte meine Stadt aus ihrem Würgegriff befreien. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Wenn das wahr ist, dann können wir uns die Sachen holen und damit die Energieprobleme für lange Zeit lösen. Okay. Hier kommst du ins Spiel. Gut. Sie haben das Zeug irgendwo in einem alten Tresor in der Bank über uns deponiert. Okay. Du musst für mich in die Bank einbrechen. Öffne die Schatzkammer und hol mir das. Du machst folgendes. Mach ich. Du kannst zu einem Gang in die Banken haben, wenn du durch die alten Büros der U-Bahn gehst. Hier, nimm diesen Schlüssel. Danke. Damit kommst du in das alte Verwaltungsbüro. Gut. Dann geh einfach geradeaus und hoch. Alles klar. Hör auf, meine Zeit zu vergeuden und hol mir die Weg. Das heißt, wo muss ich her? Hierher? Nein. Hier? Nein. Hier? Hier läuft die Spieluhr. Hört ihr die? Ich hör die. Dann alle Fahrer. Normale Rennen sind keine Herausforderung. Wir haben soeben zahlreiche... Ich hab ein super Schnäppchen für dich. Okay. Hallo, ich bin's du. Ich hab öfter meine sein oder andere über und verkaufst zu einem fairen Preis. Willst du sehen, was ich so habe? Komm wieder. Meine Angebote wechseln häufig. Wo bist du denn her? Ist das ein Krieg? Ja, endlich. Der Fremde, von dem alle reden. Hab dich schon erwartet. Sei willkommen. Weißt du, in meiner Chemiefabrik gibt es ein Problem. Tolle Lampen. Und auf der Straße sagt man, du wärst für sowas genau der Richtige. Hab ich schon mal keine Zeit zu. Meine Destillerie läuft praktisch von alleine. Du brauchst nur, meine leeren Abfüllflaschen zu finden und sie in die Destillerie zu stellen. Und dann wartest du, bis sie voll sind. Einfacher geht's nicht. Aber wie gesagt, es gibt da dieses eine Problem. Wenn du die Destillerie anschaltest, werden die Mutanten es hören und wenn sie kommen, musst du so lange durchhalten, bis die Flaschen voll sind. Glaubst du, dass du das Zeug dazu hast? Nee. Keine Lust. Also, ich hätte schon das Zeug dazu, aber ich hab keine Lust dazu. Management Office. Ah, das sieht aus wie ein Verwaltungsgebäude. Okay. Kann ich mir irgendwo ein bisschen Munition noch kaufen? Das wäre toll. Ah ja, das ist, äh, schön. Kann ich grad nicht bauen. Stoßknacker, oder was? Weil der... Ähm... Nosebolzen... Zepp, Stoßknacker, nein, kann ich grad nicht bauen. Okay, fortsetzen. So, wie komm ich hier wieder raus? Abbauen, bauen. Raus, raus, hab ich gesagt. Hallo? So. Äh, nein, nein, wir gehen hier lang. Ja. Willkommen. Würfel spielen? Und was denn? Schau und hör... Schau und hör zu, welche Noten gespielt werden. Und wiederhole dann das Muster. Bleib dabei, wenn du Erfolg hast, und brich ab, wenn es dir zu viel wird. Okay. Hey, Armin, es liegt an Kies. Brauchen wir den Ultimator? Äh, Spiel starten. Dann melden wir dich jetzt für ein Gründer Rufling mit... Okay. Dann nochmal. Das kann ich auch. Los. Ah, haben wir den das? Okay. Okay, auszahlen. Erneut spielen. Können wir uns ein bisschen erhöhen hier? Na gut, mach nochmal. Das ist einfach. Okay. Okay. Okay, wir lassen das weiter, kann ich mir bestimmt nicht merken. Gut, ähm, das hat Spaß gemacht. Wir haben hier unseren eigenen Rhythmus. Die Nähe zu Captain Prime macht jeden nervös, aber wir versuchen möglichst locker zu bleiben. Und ja, das gleiche Gesicht? Ja, ne? Ungefähr. Ja, also zumindest die weiblichen, finde ich. So, ähm, was war jetzt? Achso, ich habe da hinten das Office ja schon gefunden, aber ich wollte hier mich noch ein bisschen umgucken. Das habe ich jetzt getan. Dann gehen wir hier ins Office rein. Ich laufe mal schneller hier. So. Wenn du im Ödland den Abstellbar rufst, wird dein Fahrzeug zusätzlich umsonst repariert. Schön. Gearhead Fold. Okay. Okay, dann schleichen wir mal ein bisschen. Toll, und ich habe keinen Schlossknacker dabei. So, wo seid ihr denn da unterhalten? Was ist das? Sieht ungesund aus. Oh, kommt der näher. Ja, klar. Okay. Oh, das war nicht sehr gut. Nein. Oh mein Gott. Gut, dass ich zweimal bereit bin hier. Huuu. Alter, was ist das denn? Ich kann nicht wieder mit dem Scharfschutz mehr arbeiten. Das ist doch gut. So. Wo denn? Ach da. Zurück? Wer hat das denn noch gesagt? Wo denn? Da. Ja, der nächste. Komm her. Haben wir irgendwie Roboter oder sowas unter dem? Ops. Komm raus. In den Arm geschossen. Komm her. Tschüss. Headshot. Tschüss. Na ja. Okay. Ich habe ja so eine Spinne da oben oder was auch immer das sein soll. Läuft das immer noch? Na ja, ist kaputt. Okay. Oh, ist da noch rechts irgendwas? Okay, klar. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht tot. So. Headshot. Du lebst noch? Du kannst dir Glück nicht schätzen. Du triffst nicht, wenn du nicht guckst, wo du hinschießt. So. Jetzt ist es ja einfacher als Rotanten. Was kommt jetzt? Oh, shit. Verdammt, was ist das? Na ja, hör mal auf. Nein. Warum gehe ich auch nicht in Deckung? Ich depp. Nein. Letzter Kontrollpunkt. Wo war der denn? Okay. Muss ich ihn wohl noch mal töten. Er hat schlecht rumgelaufen. So, weiter, 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 zack, Tür auf. Ja, das ist der, der auf dem Bild wisst. Der hat mich gerade auch fertig gemacht. Ich weiß, ihr seht ihr nur schwarz, aber... Das mocht ja nix. Muss was essen. So, also, das war ganz easy. Müssen wir uns nur anschleichen und den dann von hinten einschließen. Boom, und... Boom, und... Cool. Ist mir gerade schon mal so passiert, ne? Oh, das war schlecht. Nein, ach, genau so wie gerade. Ganz genau so. So. Na, ist ja egal. So, das Scharfschutzengewehr rausholen. So, wo ist das Missfichter? Ja, hier bin ich. Geh doch weg. Wieso hab ich mich nicht getroffen? Hallo, sterb doch. Und du auch. So, okay. Wo sind die anderen? Da hat sich was bewegt. Hallo, hallo, hallo. Ich höre doch auf. Noch da. Okay. Headshot. Komm, noch einen. So, das war es du. Da ist noch einer. Okay. Zwei sogar. Innenarmen, dann war er tot. Flanken, nur ich komme einfach von vorne. Immer locker bleiben. Müssen wir mal nachladen. Da ist ja noch einer. So, damit wäre es dir doch kaputt. So, wo ist noch einer? Da. Hat der auch nicht, hat der noch überlebt gehabt? Mein Gott. Man, ich halte noch was aus von denen, ne? Oh, hallo. Nein, wir sind so kaputt, schießen. Bringt euch nicht gegenseitig um, das will ich noch machen. Headshot. Lebst du noch? So, jetzt du. Ich muss eben nachladen, Moment. Ich mach dich gleich fertig. Komm raus. Du, geh, Headshot. Lebst ja immer noch. So, das war soweit dazu. Da ist ein Arm weggeflogen, oder was? Ah, nee, nur noch was. So, jetzt weg hier. Ja, ja, der kommt nämlich von da. Das habe ich schon nicht gekriegt. Kurzer Dank. Hopp, weg. Ja, ja, komm her. Ja, ja, komm her.